Chaitanya im göttlichen Wahnsinn Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 2.2-6, 2.3-7 Während der letzten zwölf Jahre seines Erdenwandels hatte Prabhu ununterbrochen Bewusstsein der Trennung von Krishna. So wie Radha sich benahm, als sie Udhava vor sich sah, in einem solchen Zustand war Prabhu Tag und Nacht. Ununterbrochen ist Prabhu in einem bis zum Wahnsinn gehenden Bewusstsein der Trennung. Alles, was er tut, geschieht in Sinnesverwirrung und er spricht scheinbar sinnlose Worte mit dem Geliebten. In dem Hause, das den Namen unergründlich tief Gambhira führt, hat er keinen Augenblick Schlaf in der Nacht. Er reibt Gesicht und Kopf an der Wand, sodass er überall mit Wunden bedeckt ist. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 6.3-9, 6.4-10 Obwohl in seinem Herzen die Qual der Trennung von Krishna sich dauernd steigerte, gab er es nach außen nicht zu erkennen, damit die Bhaktas nicht Leid erführen. Wenn aber das heftige Trennungsleid durchbrach, entstand in Prabhu eine Verzweiflung, die sich nicht beschreiben lässt. Ramanandas Berichte von Krishna und Svarupas Lieder hielten Prabhu in seiner Trennungsqual am Leben. Tagsüber hatte Prabhu Ablenkung durch die Gesellschaft anderer, aber in der Nacht steigerte sich die Qual der Trennung. Beide bleiben deshalb in der Nacht bei ihm und beruhigen ihn mit Liedern und Strophen aus dem Krishna-Rasa. Ramananda spielt dieselbe Rolle wie einst Subal, in Klammer, Krishnas geliebter Freund im Hirtenland. Svarupa dieselbe Rolle wie einst Lalita in ihrer Beziehung zu Radha. Beim Wagenfest in Puri schaut Chaitanya die Bildgestalt Jagannath Krishnas auf dem Hohen Wagen. Er sieht Sri Jagannaths Anlitz Lotus, sein wunderbar schönes Augenpaar. Sein Anlitz leuchtet im Strahl der Sonne mit Kranz, Kleid, himmlischem Schmuck und Wohlgeruch. In Klammer Chaitanya Charita Amrita Madhya Lila 13.160-61 168-169 Aber durch die fremde Königstracht des Herrn des Eils hindurch sieht Chaitanya, der sich als Radha weiß, den geliebten Hirtenjüngling Krishna vor sich, mit dem sie einst am Yamuna-Ufer ihre Spiele hatte. Bei ihrer einstigen Begegnung mit Krishna in Kurukshetra hatte Radha in tiefer Selbstabwertung Dhenya zu Krishna gesagt, dass Bhakti zu ihm aus dem Brunnenloch des Samsara herausführe. Bhagavatam 10.82.49 Das war in der Krishna-Lila auf Erden vor 4500 Jahren gewesen. Doch was sind 4500 Jahre in der ewigen Gegenwart des göttlichen Spiels? In kühner Rede setzt Chaitanya, sich als Radha wissend, nun bei dem Wagenfest in Puri voll gekränktem Stolz, Mahner, das damalige Gespräch fort. Chaitanya Charita Amrita Madhya Lila 13.131-162 13.138-170 O Herr meines Lebens, höre, was ich verkünde. Vraja ist meine Heimat. Dort ist Einung mit dir. Ohne dir zu begegnen, vermag ich das Leben nicht zu halten. Früher hast du mir durch Udhava, der als dein Bote zu mir kam, Yoga des Wissens als Weg angegeben, um aus dem Brunnenloch des Samsara herauszukommen. Du bist kunstfertig, gnadenvoll. Du kennst mein Herz. Es ziemt sich nicht, dass du mir solches sagst. Wenn du mir tiefes Nachdenken über dich empfehlen lässt und mich zum Gespötz der Leute machst, so scheinst du nicht zu überlegen, wer und wie ich bin. Denn ich versuche ja mein Herz von dir wegzuziehen und versuche es in die Sinnenwelt zu versenken. Ich hab's versucht, nicht vermag ich es wegzuziehen. Denn die Gopi ist kein Yogameister, dass sie Zufriedenheit empfinden könne beim tiefen Nachdenken über die Lotus deiner Füße. In deinen Worten ist Methode und doch auch Verschlagenheit. Und die Gopis, die deine Worte hören, werden nur erzürnter. Denn frei sind sie vom Bewusstsein ihres Leibes. Wo wäre denn für sie das Brunnenloch der Wandelwelt, aus dem befreit zu werden, sie verlangen könnten? Sie sind in den Ozean der Trennung gefallen und das Krokodil des Begehrens, dir ausschließlich zu dienen, hat sie verschlungen. Und daraus suchen sie ihr Rettung. Vrindavana, Govardhan, der Strand der Yamuna, die Heine, die Lauben, die Raserspiele und andere Lilas, die ewigen Bewohner von Vraja, Vater, Mutter und Freunde. Erstaunlich ist es doch, dass du sie vergessen kannst. Du bist bewandert in vielen Künsten, zart, voller herrlicher Eigenschaften, geschickt, liebreich, barmherzig. Und nicht ein Schatten von Schuld fällt auf dich, dass dein Sinn nicht derer gedenkt, die in Vraja sind. Das ist nur unser Schicksal. Wir denken nicht an unser eigenes Leid. Doch wenn wir, Mutter Yashodas, Angesicht schauen, zerreißt es das Herz der Bewohner von Vraja. Bald tötest du uns in Trennung. Bald belebst du uns durch deine Gegenwart in Vraja, wenn du vor uns aufleuchtest. Hältst du uns am Leben, nur damit wir Leid ertragen. Dein königliches Gewand, deine neuen Freunde, dein neues Land, das will uns Bewohnern von Vraja nicht gefallen. Sie können die Erde Vrajas nicht verlassen. Und ohne dich zu schauen, sterben sie. Was sollen die Bewohner von Vraja tun? Du bist das Leben von Vraja. Du bist der Reichtum des Lebens von Vraja. Du bist Vrajas Ein und Alles. Weich von Mitleid ist dein Sinn. Halte uns am Leben. Setze deine Füße auf den Boden von Vraja. Krishna hört die Stimme Radikas und es brennt in sein Herz. Unstet und aufgewühlt sind sein Leib und Geist. Er hört von dem Bremer der Vraja-Bewohner und hält sich für ihren Schuldner und gibt ihnen neue Ermunterung. O Geliebte meines Lebens, höre meine wahren Worte. In aller Eurer Gedenken weile ich Tag und Nacht. Niemand weiß mein Leid. Alle Bewohner von Vraja, Mutter, Vater und Freunde, alle sind gleich meinem eigenen Leben. Die Gopis aber sind mein Leben selbst. Und du, Radha, bist das Leben meines Lebens. Mit allem eurem Bremerraser habt ihr mich untertan gemacht. Ich bin ganz in eurer Hand. Ein schlimmes Schicksal hat mich von euch losgerissen und in ein fernes Land geführt. Fußnote 589 So wie die Gopis vergessen, dass sie ewige Chitschakti-Gestalten sind, so vergisst auch Krishna manchmal in der Dramatik der Lila, dass er der allmächtige Gott selber ist und niemals einem Schicksal unterworfen. Der Geliebte ohne die Geliebte und die Geliebte ohne den Geliebten nicht vermögen sie zu lieben. Das ist ein wahres Wort. Wenn der eine vom Tode des anderen hörte, so wäre das sein Tod. Und aus dieser Furcht heilten sich beide am Leben. Die von Bremer erfüllte Gattin und der von Bremer erfüllte Gatte wünschen in der Trennung nur das Heil des anderen. Nichts zählt das eigene Leid. Es bleibt nur der Wunsch nach dem Glück des Geliebten. Um dein Leben zu behüten, diene ich Narayana und mit Hilfe seiner göttlichen Macht komme ich täglich zu dir zum Spiel und kehre wieder nach Tvaraka zurück. Bleibe in Vraja und wisse, dass ich dort tatsächlich aufleuchte. Es ist mein gutes Schicksal, dass dein Bremer zu mir so unendlich stark ist. Selbst wenn ich mich verberge, so zwingst du mich zur Offenbarung und zwingst mich schnell zu kommen. Dessen sei gewiss. Noch sind ein Paar der bösen Genossen Kamsas in Vraja und um diese zu töten werde ich nach Vrindaden kommen, dessen sei gewiss. Um die Bewohner von Vraja vor den Feinden zu schützen, bin ich ein König. Und wenn ich mich mit Frauen und Söhnen und dem Reichtum der Könige umgebe, so tue ich das um der Yadus Willen. In Klammer, dem Geschlecht, zu dem Krishna in der Königslila gehört. Die Eigenschaften deines Bremer ziehen mich an. In zehn bis zwanzig Tagen werde ich wieder nach Vondaven kommen und werde mit dir den Frauen von Vraja Tag und Nacht spielen. Als Radha diese Worte vernahm, entschwanden alle Hindernisse der Trennung. Es wurde ihr deutlich, dass sie wieder mit Krishna beisammen war. Krishna spricht, dass wir einander sahen und ihr solchen Bremer zu mir habt, das betrachte ich als mein gutes Geschick. Im Herzen Prabhus überströmte das Meer des Glücks. Göttlicher Wahnsinn wie Regensturm stürmte sofort auf. Manchmal weist sich Chaitanya nicht als Radha, sondern als eine Manjeri, eine jener dienenden Freundinnen einer Freundin der Radha, die in bescheidenster Rolle doch den Schlüssel hat zum Herzen der Heldin, voll Einsicht in das, was in deren Herzen vorgeht und die volle Eifer ist, Radha und damit auch Krishna zu dienen und die beiden, wenn sie getrennt sind, wieder zusammenzuführen. Chaitanya Charita Amrita Antjalila 14.15-106 14.15-112 Als Prabhu eines Nachts schläft, sieht er im Traum Krishna spielt in der Rasa Lila, Krishna in dreifach gebogener Stellung, Fußnote 590 Fußknöchel, Hüfte und Hals gebeugt. Auf zahllosen Bildwerken ist Krishna so abgebildet. Krishna spielt in der Rasa Lila, Krishna in dreifach gebogener Stellung, in schöner Gestalt, die Flöte an seinem Munde, mit goldenem Gewand, Waldblumenkranz, Madhana, Mohana. Fußnote 591 Madhana Mohana ist Krishna als Betörer in Klammer Mohana des Liebesgottes in Klammer Madhana. Die Gopis tanzen in einem geschlossenen Reigen und in der Mitte tanzt Krishna zusammen mit Radha. Prabhu sah es und versank in den Rasa der Manjari und wusste, Krishna ist nach Vrindavan gekommen. Als Jagannath Viele Menschen hatten sich zusammengedrängt, während Prabhu neben der Garuda-Säule stand, um Jagannath zu schauen. Eine Orissa-Frau in der Nähe, die wegen der großen Menge Jagannath nicht sehen konnte, war auf die Garuda-Säule hinaufgeklettert und hatte ohne es zu wissen einen Fuß auf Prabhus Schulter gestützt. Govinda, der dies sah, wollte sie schnell wegweisen, aber Prabhu verbot Govinda, dass er sie herunterhole. O Donar, vertreibe die Frau nicht, sie soll sich in Ruhe Jagannath anschauen. Die Frau stieg schnell herunter und als sie Mahabrabhu sah, grüßte sie seine Füße. Als er ihre Sehnsuchtsqual sah, sagte Prabhu, Jagannath hat mir eine solche Sehnsuchtsqual Arthi nicht gegeben. Ihr Leib, ihr Leben, ihr Herz sind ganz in Jagannath versunken. Sie weiß nicht, dass sie ihren Fuß auf meine Schulter gesetzt hat. Sie ist glücklich und ich verehre ihre Füße, so dass ich durch ihre Gnade, Prasada, eben solche Sehnsuchtsqual erlangen möge. In der vergangenen Nacht sah ich Jagannath und in Jagannath sah ich den Sohn Nandas, Krishna selbst. Während ich im Traum in diesen Anblick versunken war, sah ich den Flötenspieler, wohin ich auch blickte. Jetzt, als Prabhu die Frau sah, kehrte sein Bewusstsein der Außenwelt zurück und er sah wieder Jagannath, Subhadra und Balaram, in Klammer, so wie sie als Bildgestalten im Tempel sind. Er dachte, Ich sehe Krishna in Kurukshetra. Wo bin ich? In Kurukshetra? Und wo ist Vrindavan? Ich habe den Edelstein gefunden und wieder verloren. Und solcherweise war Prabhu beunruhigt und niedergeschlagen ging er nach Hause. Er sah auf die Erde und schrieb darauf mit seinen Nägeln. Gang es Ströme von Tränen strömten aus seinen Augen und er sah nicht. Ich habe den Herrn von Vrindavan erlangt und wieder verloren. Wer hat mir Krishna weggenommen und wo bin ich hingekommen? In Folge seiner prima Versunkenheit in den Traum der Nacht war Prabhus Herz voll Unruhe und wenn gleich es so war, als ob er das Bewusstsein der Außenwelt wieder gewonnen hätte, war ihm doch zumute, als habe er einen Schatz verloren. Prabhu sang und tanzte fast wie Sinnes beraubt. Mechanisch badete er und aß und tat seine täglichen Pflichten. Als es Nacht wurde, eröffnet er Svarupa und Ramananda, was in seinem Herzen vor sich ging. Eines Tages, als Prabhu vom Meer kam, sah er den Berg Jataka und in seiner Versunkenheit hielt er ihn für den Govardhan und Prabhu lief auf dem Berg zu. Govinda vermochte ihn nicht einzuholen, großer Lärm entstand bei den Vaktas. Svarupa Jagadananda Pandit Gadatara Ramai Nandai Nilai Pandit Shankara Puri und Bharati Goswami kamen zum Strand und langsam auch der Lame Bhagavan Acharya. Zuerst ging Prabhu schnell wie der Wind, dann erstarrten seine Glieder und er konnte sich nicht bewegen. Jede Pore war aufgeschwollen und darüber Herrchen sträuben wie Kadamba Früchte. Aus jeder Pore strömte Schweiß und zugleich Blut. Ein gurgelnder Laut kam aus der Kehle ohne vernehmbare Silben. Tränen flossen aus seinen Augen wie Ströme der Ganga und Yamuna. Farbwechsel trat ein. So dass sein Körper weiß wurde wie eine Muschel und Zittern lief über seine Gestalt wie Wellen des Meeres. Zitternd fiel Prabhu zur Erde. Dann kam Govinda, bespritzte Prabhus Leib mit Wasser aus dem Wassergefäß und fächelte ihn mit dem angefeuchten Obergewand. Svarupa und die anderen kamen herbei, weinten, als sie Prabhus Zustand sahen. Erstaunlich waren die Veränderungen der acht Saatviger Babas, die gleichzeitig auftraten. Sie ließen Prabhu lauteren Sankirtan hören und benetzten seinen Leib mit kühlem Wasser. Nach langem Kirtan stand Prabhu plötzlich auf und rief Haribol! In Ananda riefen alle Vaishnavas Hari! Prabhu war nur halb bewusst und fragte Svarupa Goswami Wer hat mich vom Govartan hierher gebracht? Ich habe Krishnas Lila gesehen, aber ich sehe sie nicht mehr. Ich bin heute nach dem Govartan gegangen, um Krishna zu sehen, der die Kühe hütet. Krishna ging auf dem Govartan, blies die Flöte und die Kühe weideten in allen vier Richtungen um den Govartan. Als sie die Melodie der Flöte vernahm, erschien Radha, die Herrin, ihre Gestalt und ihr Prema Bhakti, o Freundin, vermag ich nicht zu beschreiben. Fußnote 592 Nach Radha Govindanath Mat Ausgabe abweichend, zusammen mit allen ihren Freundinnen, die sich geschmückt hatten, erschien Radha die Herren. Krishna ging mit Radha in eine Höhle und die Freundinnen Sakhis wiesen mich an, Blumen zu pflücken. Da seid ihr alle gekommen, habt Lärm gemacht und habt mich von dort wieder hierher gebracht. Warum habt ihr mich sinnloser Weise hierher gebracht? Um mir leid zu geben, ich sah die Krishna Lila und sehe sie nicht. Mahababu sagte das und weinte und auch die Vaishnavas weinten, als sie diesen Zustand sahen. Chaitanya ist im Bewusstsein Radhas, die von Krishna getrennt ist. Er ist ganz vom göttlichen Wahnsinn des Mahabhav von Radha erfüllt, jener allerhöchsten Form des Prima, in der auch alle anderen Formen des Prima mit enthalten sind. Die unsägliche Vertraulichkeit des Pranaya, die unerhörte Beweglichkeit des Sneha, der Anuraga, der die Trennung von dem Geliebten keinen Augenblick ertragen kann, der Raga, der auch das größte Leid um des Geliebten Willen als höchstes Glück empfindet und dazu noch der gekränkte Stolz des Mahner. In unfassbar schnellem Wechsel über Stürzen und überschlagen sich in der folgenden Szene die Wellen der Sanjari Baths und anderen Baths der dienen wollenden Prima Vakti. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 2 2.16 bis 84 2.17 bis 95 In Hilflosigkeit klagt er und wiederholt immer wieder einen Vers aus Reis Drama Fußnote 593 Rai Ramanandas Drama Jagannath Vallabha Natakam 3.9 Dieser Hari weiß nichts von der Qual der Krankheit die entsteht wenn der Prima zerreißt Der Prima weiß auch nicht zu wem er gehen soll und zu wem nicht auch der Gott der Liebe weiß nichts von uns schwachen der eine weiß nichts vom leiden des anderen unser Leben ist nicht in unserer Hand die Jugend werden nur zwei oder drei Tage ach Füger des Schicksals was soll es uns werden es stimmt was die Schastras sagen der eine weiß nicht was der andere an Leid im Herzen trägt was soll ich von anderen sagen nicht einmal meine Herzens Freundin weiß davon und predigt mir Standhaftigkeit Krishna ist ein unendlicher Ozean von Erbarmen er wird dich eines Tages annehmen O Freundin deine Worte sind sinnlos das Leben eines Jiva ist unsteht wie das Wasser auf einem Lotusblatt vermag ein Shiva so lange zu leben bis Krishna Gnade erweist mit 100 Jahren ist das Leben eines Shiva am Ende deshalb war das unüberlegt was du gesagt hast O Freundin der Reichtum der Jugend der Frau deren Herz Krishna stiehlt wert nur zwei bis vier Tage und was redest du von Krishnas Eigenschaften das Feuer zeigt die Schönheit seines Leuchtens zieht die Insekten an und tötet sie so ist Krishna er zeigt seine eigenen Eigenschaften stiehlt das Herz und wirft es in die Tiefe des Meeres von Leid Schrie Gohra Hari klagte also in Verzweiflung und öffnete die Tür seines Herzens und das Leid brach hervor und wieder sagte er O weh vernehmt Svarupa und Ramerei was ich im Herzen beschlossen habe hört zu und überlegt ob es so ist oder nicht und sagt was das Wesen ist und mit lauter Stimme rezitierte er den Vers Bremer ist ohne betrügerische Selbstsucht und er kann in der Welt der Menschen nie auftreten und wenn er auftritt dann gibt es kein Bewusstsein von Trennung und wenn Bewusstsein von Trennung auftritt dann bleibt das Leben nicht ich habe nicht eine Spur von einem Hauche von Bremer zu Hari und dass ich weine ist nur weil ich die Fülle meines eigenen Glücks sichtbar machen will dass ich die Motte des Lebens Atems noch immer bei mir halte ohne das Gesicht dessen zu schauen der die Flöte spielt ist ganz umsonst ein Vers Chaitanyas ein einziger Tropfen vom Ozean des Glücks des lauteren Bremer überschwemmt die ganze Welt es ziemt sich nicht davon zu sprechen und wenn jemand wie ein Irrer Baul davon spricht wer sollte es wohl glauben auf diese Weise gab er jeden Tag Svarupa und Ram ananda gegenüber Ausdruck seines eigenen Bremer Außen das Brennen von Gift Innen Fülle von Glück Wundersam ist die Art und Weise des Bremer zu Krishna O O diese unheilvollen Tage die dazwischen liegenden die Tage ohne deinen Anblick O Hari in Klammer die Tage da ich dir nicht dienen kann O Freund der Herrenlosen O einziger Ozean von Erbarmen O weh o weh wie soll ich diese Tage zubringen in Klammer Krishna Karin Amrita 1.41 O Gott O Geliebter O einziger Freund der Welt O Krishna O du einziges Meer göttlicher Barmherzigkeit O Herr O spielender Geliebter O du Freund der Augen O wann werden dich meine Augen erblicken in Klammer Krishna Karin Amrita 1.41 Die folgenden Bengali-Strophen Chaitanyas enthalten den Sinn jedes Wort der eben von ihm gesprochenen Sanskrit-Strophen Chaitanya ist ganz im Bewusstsein Radhas Ihre unendliche Prima-Bhakti zwingt Krishna sich sichtbar zu machen Nun flutet im Glück der Begegnung das heißt des wieder unmittelbar dienen Dörfens Radhas Brema in neuer Woge auf im trunkenen Freudenausbruch des Sanjaribhava Herrscher und der tiefen Vertraulichkeit des Pranaya Du bist Gott und dem Spiel ergeben Du pflegst mit den Frauen der Welt von Vraja das Spiel das sie begehren Du bist mein Geliebter in dir weilt mein Chita und es ist mein großes Glück mein Anteil an deiner Gnade dass du gekommen bist Du ziehst alle Frauen der Welt an und tust alles für sie Du bist Krishna der das Chita anzieht Gibt es irgendeinen Sünder der dich nicht achtete in Klammer wörtlich einen Sünder der gekränkten Stolz Mahner gegen dich hätte dass dein überzeugtes Streben nach einem Ziel Mati unstet ist und nie auch nur einen Augenblick beharrt das ist nicht dein Fehler in Klammer das heißt es liegt im Wesen Bhagwans in seiner innersten Lila der göttlichen Lieblichkeit Du bist doch der Ozean der Barmherzigkeit bist der Freund meines Lebensatems nie kann ich dir zürnen du bist der Herr das Leben von Vraja du rettest Vraja du bist mein spielender Geliebter und du bist gekommen um mir Glück zu geben das ist dein unsäglich kunstvolles spiel meine worte hat krishna für tadel gehalten und ich meine deshalb ist er wohl fortgegangen vernimm die worte meines preislieds du bist die beseligung meiner augen du bist mein besitz und mein leben o gib mir deinen anblick er starren zittern starker schweiß farbwechsel tränen brechende stimme die ganze gestalt war von gesträubten herrchen bedeckt er lacht weint tanzt steht auf läuft ganz schnell hin und her und fällt in ohnmacht zu boden in ohnmacht erfolgte unmittelbare begegnung mit krishna er sprang auf und rief mit humkara er ist gekommen der edle unter dem einfluss der lieblichen eigenschaften krishnas entstand verschiedenartige verwirrung in seinem herzen und er rezitierte den folgenden vers und stellte fest oh freundin er ist doch sicherlich der liebes gott selbst er ist der glanz kreis von größter lieblichkeit er ist doch sicher der nektar für herz und augen er ist doch der welcher die aufgebundene haarflechte radhas auflöst er ist doch der geliebte meines lebens er ist krishna der eben vor meinen augen erschien in klammer krishna karnamrita 1.68 er ist doch der gott der liebe selbst glanz kreis in gestalt er ist lieblichkeit in person er ist das freudenfest für herz und augen er ist der geliebte meines lebens krishna ist gekommen das glück der augen die die verschiedenen wogen der göttlichen liebe sind der guru brabus leib und herz sind der schüler sie die wogen der sanjari baths machen ihn ununterbrochen in mannigfaltiger weise tanzen in innerer qual verzweiflung sich erbärmlich fühlen unstetheit ekstatische freude beherrschung zorn in klammer um tag und nacht singt und hört mahapabu diese texte in höchstem glück in der gesellschaft svarupas und ramanandas fußnote 595 nur hinter streng verschlossenen türen hört und singt chaitanya mit den beiden vertraulichsten freunden die gesänge von der erotik des absoluten früher in klammer als krishna im leuchtenden spiele von vraja hatte er drei wünsche deren erfüllung er trotz allen mühens nicht erlangen konnte krishna machte sich die essenz des prima von shri radha zu eigen und erlebte so als chaitanya das wesen dieser drei dinge fußnote 596 es ist ein kennzeichen von gottes wesen dass er alles mühelos in spontanem spiele tut doch im hinblick auf radha wird dieses allgültige göttliche wesens gesetz überschritten krishna vermag es nicht die tiefe der dienenden liebe radhas zu ermessen er muss selber zum größten aller bhaktas zu radha werden um die erfüllung seiner drei wünsche zu erlangen den esoterischen sinn der chaitanya lila auf erden die erfüllung der drei innersten wünsche krishnas hat svarub damodar in seinen aufzeichnungen dargelegt krishna begehrte danach das ihm bisher unzugängliche zu kosten erstens die macht der tief vertraulichen liebe radhas zu ihm zweitens die in ihrem dienen erlebte wundersame süßigkeit seiner selbst drittens radhas glücks zustands der aus diesem erleben stammt in klammer bereits vollständig zitiert im kapitel des ersten teils krishna chaitanyas bedeutung in der indischen gottes offenbarung er selbst krishna als chaitanya erlebte es und lehrte es die bhaktas er der reiche der herr des prima jintamani fußnote 597 jintamani ist der stein der weisen der alles was er berührt in gold verwandelt der prima jintamani verwandelt alles was er berührt in aus gott stammende dienende erkennende liebe zu gott prima er er kümmerte sich nicht um die art des empfängers sondern verteilte es überall mahabrabu der edelste aller schenker den reichtum des meers höchst verborgener wogen der liebe von denen brahma der weltenbildner nicht einmal einen tropfen erhält verteilte er freigiebig in der wandelwelt einen solchen gnadenreichen avatarer einen solchen schenker gibt es nicht wieder und niemand vermag seine göttlichen eigenschaften zu beschreiben chaitanyas spiel ist so reich und mannigfaltig dass es nicht etwas ist was man beschreiben könnte und wenn man es tut versteht es niemand nur der vermag es zu verstehen der chaitanyas gnade erhält weil er eine ganz enge bindung zu seinen dienen hat das beste der juwelen der chaitanyalila befindet sich im schatzhaus svarupa damodaris und er hat es ragunat um den hals gehängt alles was ich von ragunat vernommen habe habe ich hier ausgebreitet und den baktas als opfergabe übergeben hier ist nichts was ich aus widerspruch sage und nichts was ich anderen zu liebe sage ich beschreibe das was dem wesen entspricht ich bin ein alter mann altersschwach beim schreiben zittert meine hand und ich kann nichts im sinne behalten mit den augen kann ich nicht mehr sehen mit den ohren nicht mehr hören und doch schreibe ich es es ist wirklich erstaunlich ich habe anlässlich der großen zusammenhängenden fäden des geschehens etwas ausführlicher das wesentlichste des endes der lila beschrieben so dass wenn ich inzwischen sterbe und nicht weiter zu berichten vermag doch diese lila der reichtum der baktas sein kann oh ihr kleinen und großen baktas ich verbeuge mich ehrfürchtig für euren füßen bitte seid mit mir alle zufrieden ich schreibe so wie svarupa goswami es verstand und so weit wie rupa und ragunat es wissen und ich trage für das was ich schreibe keine schuld oh sri chaitanya o nidyananda o advaita und alle anderen baktas ich setze eure füße auf mein haupt den staub der heiligen füße svarupas rupas sanatanas und ragunatas nehme ich als schmuck auf mein haupt in verehrung grüße ich die vajnavas von vraja die mir den reichtum der anweisung in klammer dieses buch zu schreiben gegeben haben krishna das in klammer der autor spricht ein winziges zeichen von einem tröpflein des wellenreichen meeres meeres delila von chitania aus rupi